Norddeutscher Rundfunk 2021 Bremen, 1. Mai 1971. Auf dem Nachhauseweg von der Disco wird ein junges Mädchen vergewaltigt und ermordet. 40 Jahre lang sucht die Polizei vergeblich nach dem Täter. Wird ein Täter nicht ermittelt, dann wird diese Akte nie vom Tisch gehen. Da wird sich die nächste Generation an Schutzleuten reinsetzen. Dieser Fall wird irgendwann aufgearbeitet. Der brutale Mord am Bahndamm. Drei Ermittler rollen den Fall neu auf. Ein Sexualmord in Bremen. Die Leiche der 17-jährigen Schuhverkäuferin. Ein Fall, der bis heute nicht gelöst ist. Die Leiche der 17-jährigen Schuhverkäuferin. Carmen Kampa verlässt die Disco kurz nach 23 Uhr. Das Mädchen geht allein zum Bahnhof. Gegen 24 Uhr, so glaubt sie, wird sie zu Hause in der elterlichen Wohnung in Fegesack sein. Sie muss ihren Mörder getroffen haben, kurz bevor der Zug die Haltestelle Oslepshausen erreicht. Anwohner hören die Schreie. Ein Zeuge im Zug öffnet das Fenster und sieht unten am Bahndamm den Todeskampf des Mädchens. 40 Jahre später nehmen zwei Kommissare und ein Staatsanwalt die Mörderjagd wieder auf. Die Lichtverhältnisse werden ein bisschen anders gewesen sein. Möglicherweise ein bisschen heller. Wegen des Bewuchses hier. Aber die Situation ist ganz ähnlich. Oslepshausen ist ein Stadtteil im Westen von Bremen. Er liegt zwischen Industriehafen und Autobahn. Die Vergewaltigung geschieht direkt am Bahndamm. Quasi vor den Augen des Zeugen. Aber die Leiche wird erst drei Tage später gefunden. Auf einer Brachfläche rund 150 Meter entfernt. Und nur durch Zufall. Aus einer nahegelegenen Jugendstrafanstalt waren zwei Häftlinge ausgebrochen. Bei der anschließenden Suche entdecken die Beamten das tote Mädchen auf der Wiese. Carmen Kampa wurde erwürgt. Außerdem hat der Täter noch viermal zugestochen. Der Fall erschüttert das Viertel. Bis heute ist der Mord an Carmen Kampa hier präsent. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass wir an Carmen Kampas Leiche vorbeigefahren sein müssen. Und das hat mich persönlich eigentlich bis heute nicht mehr losgelassen. Jeder mochte nicht mehr seine Kinder richtig weggehen lassen. Ich auch. Meine Tochter war auch in dem Alter, wo sie schon mal hier weggegangen sind. Also wenn ich da dran denke. Ach mit, da fallen mir schon die ganzen Bilder entgegen. Kai Höchel ist 2011 neu bei der Mordkommission. Er soll sich erst einmal einarbeiten. Und so sollte er die Jacke gehabt haben. Der Fall Carmen Kampa scheint dafür ideal. Ein Cold Case, den 40 Jahre lang niemand lösen konnte. Kollege Sven Bertmann ist auch neu bei der Mordkommission. Er hat früher im Polizeirevier Oslepshausendienst getan. Mein erster Tag bei der Schutzpolizei bin ich gleich von den alten Kollegen durchs Revier geführt worden. Und die erste Strecke führte gleich zu diesem Schotterweg, wo man mir gleich gesagt hat, hier, und das ist der Carmen Kampa Weg. Da habe ich dann gleich am ersten Tag meiner Polizeilaufbahn im Grunde genommen von diesem Fall erfahren. Weil die Kollegen, die damals dort Dienst gemacht haben, auch bei der Suchreaktion beteiligt waren. Und dann schloss sich der Kreis sehr schnell. Es gibt ein Sprichwort bei der Bremer Mordkommission. Der Täter steht schon in der Akte. Ob als Verdächtiger, Zeuge oder in den Vernehmungen anderer Zeugen. Fast immer taucht er irgendwo in den Unterlagen auf. Die beiden machen sich 2011 an die Aufarbeitung der Spuren-, Akten- und Tatortfotos. Zunächst aber benachrichtigen sie die Staatsanwaltschaft, dass sie die Ermittlungen um den Mord an der 17-jährigen Carmen Kampa erneut aufnehmen wollen. Der zuständige Staatsanwalt heißt Uwe Picard. Was hat er alles in der Nacht vom 1. Mai auf den 2. Mai 1971 vermieden? Kai Höchel rennt bei ihm offene Türen ein. Das Verfahren ist für Uwe Picard eine sehr persönliche Angelegenheit. Als junger Schüler hat ihn der Fall so beschäftigt, dass er Jura studiert und schließlich Staatsanwalt wird. Rund 40 Jahre später liegt der Fall wieder auf seinem Tisch. Die Gerichtsakten sind, ich glaube, 13 Bände oder so. Das sind mehrere Tausend Seiten. Da muss man sich erst mal reinlesen und reinfuchsen. Und dann auch die Ermittlungsansätze, die man ja noch vielleicht sieht, dann entwickeln. Wir hatten auch insgesamt ein wenig Glück, dass so viele aktuelle Kapitaldelikte in dem Jahr nicht anfielen, sodass wir da mit voller Manpower da herangehen konnten. 23.25 Uhr sind die Hilfeschreie. Um 23.26 Uhr sind die Beobachtungen des Zeugen im Zug. In dem Regionalzug sitzt ein 18-jähriger Druckereiarbeiter, der neu in Bremen ist und deshalb aufmerksam aus dem Fenster schaut. Unten am Bahndamm bemerkt er eine Frau und einen Mann, die sich gegenüberstehen. Plötzlich schlägt der Mann auf die Frau ein. Der Zeuge öffnet das Fenster und ruft hinunter. Der Täter weiß jetzt, dass er entdeckt wurde. Er wirft das Mädchen zu Boden und verbirgt sein Gesicht. Während der Zug abfährt, alarmiert der Zeuge weitere Fahrgäste. Personenbeschreibung, der Täter ist zwischen 25 und 40 Jahren alt, 1,75 bis 1,80 groß, mit dunklen, zurückgekämmten Haaren. Um 23.27 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizei ein, dass Hilfeschreie am Bahndamm wahrgenommen worden sind. Um 23.31 Uhr übergibt die Einsatzzentrale an den Streifenwagen, den Roland 19, den Einsatz in das Gebiet zu fahren und dort zu gucken, was da los ist. Die Polizei kennt inzwischen auch die Täterbeschreibung des Zeugen aus dem Zug. Die Funkleitzentrale gibt diese Beschreibung an den Funkstreifenwagen durch. Der vielleicht als Täter in Frage kommt. Größe ca. 1,80 m, dunkle Haare, Bekleidung, dunkle Jacke und weiße Rollkragenpulli. Einsatzort ist das Gewerbegebiet am Bahnhof. Um 23.25 Uhr werden die ersten Hilferufe gehört. Dann kommt der Zug. Um 23.27 Uhr ruft ein Anwohner, der 250 m entfernt wohnt, die Polizei. Roland 19 ist gut eine Viertelstunde später vor Ort. Durch den Zeugen aus dem Zug wissen die Beamten, wo und nach wem sie suchen müssen. Doch sie finden niemanden. Weder am Bahndamm noch auf dem weiteren Weg. Der Streifenwagen leuchtet die angrenzende Brachfläche ab. Niemand zu sehen. Dann fahren die Beamten noch einmal um das Gewerbegebiet herum. Auch hier ist nichts zu entdecken. Am Ende klingeln die Polizisten noch im Gewerbegebiet bei Anwohnern. Doch niemand hier hat etwas bemerkt. Der Einsatz endet um 0.10 Uhr ergebnislos. Drei Tage später wird Carmen Kampa nur 150 m entfernt vom Bahnhof auf der Brachfläche gefunden. Die Polizei verfolgt über 1000 Spuren. Zwei Männer seien mit Carmen Kampa in die Parkgaststätte gegangen, berichten Zeugen. Das ist eine Kneipe ganz in der Nähe der Disco. Dort sind Essen und Getränke billiger als im Miramichi. Das Trio soll Cola-Weinbrand getrunken und Bratwurst gegessen haben. Die Polizei verfolgt die Spur bis nach Berlin, wo einer der männlichen Begleiter wohnen soll. Die Ermittlungen dauern Monate. Da gab es ja auch eine Aussage, es kam Carmen Kampa mit zwei Personen in einem Imbissbetrieb, die noch am späten Abend gesehen worden waren. Da hätten manche Stein und Bein darauf geschworen, dass es so gewesen sei. Das deckt sich aber nicht mit den weiteren Untersuchungen, insbesondere vom Mageninhalt. Ein Imbiss, wie von Zeugen berichtet, hat sie nicht zu sich genommen. Also solche Spuren gab es, die konnten wir dann auch im Nachhinein ausschließen. Ein weiterer Ansatz ist die Nähe der Disco zur Justizvollzugsanstalt Oslepshausen. In diesem Gefängnis sitzen genug Schwerkriminelle, die für so ein Verbrechen infrage kämen. Die Beamten überprüfen zunächst, wer am 1. Mai 1971 oder kurz vorher entlassen worden ist. Natürlich im Knast Freigänger, die sind alle unter die Lupe genommen worden. War sehr aufwendig mit sehr viel Manpower und sehr viel Vernehmung und Befragung. Also die sind alle durchleuchtet worden und das ist natürlich eine große JVA mit dementsprechend vielen Insassen. Da kam schon einiges zusammen. Das hat uns dann nicht mehr interessiert, weil die Spuren waren wirklich rund und abgearbeitet. Aber direkt nach der Tat war das ein großer Punkt. Ein weiterer Hinweis kommt von zwei Nachtwächtern des Norddeutschen Bewachungsinstituts. Sie kontrollieren nachts diverse Firmen in Bremen. Um zu beweisen, dass sie vor Ort waren, müssen sie mit Schlüsseln, die an festen Kontrollpunkten hängen, ihre Stechuhren bedienen. Die Wachleute erklären den Kommissaren, ein Kollege könne ihnen möglicherweise weiterhelfen. Er müsse ganz in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Denn bei einer Firma am Bahndamm hänge ein Schlüssel, den der Wachmann auf seiner Runde etwa zur Tatzeit benutzt haben muss. Die Beamten überprüfen den Mann. Sie stellen fest, dass er ein Dieb und Betrüger ist. Er klaut in den Firmen, die er bewachen soll. Und er hat Nachschlüssel für die Uhren. So kann er diese manipulieren und nachts schlafen, statt zu arbeiten. Das habe er zur Tatzeit auch getan. Die Polizisten arrangieren eine Gegenüberstellung mit dem Zeugen aus dem Zug. Aber der sagt, der Täter sei größer gewesen. Auch diese Spur wird nicht weiterverfolgt. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf den letzten Weg der Getöteten. Er dauert knapp neun Minuten und führt an diversen Kneipen vorbei zum Bahnhof. Irgendwo hier muss sie ihren Mörder getroffen haben. In einer Kneipe stoßen die Beamten auf eine neue Spur. Die Hartnäckigkeit, mit der die Beamten immer wieder von vorn angefangen haben, hat sich, wie Sie gleich sehen werden, schließlich doch gelohnt. In einer Gaststätte, die zwischen dem Jugendlokal Miramichi und dem Bahnhof liegt, stoßen die Beamten auf eine ganz neue Spur. Tja, der hat mir hier seine Schlüssel gegeben. Der wollte nämlich nicht mehr fahren, weil er ziemlich viel getrunken hatte. Ich dachte natürlich, dass er zurückkommt und sich die Schlüssel holt. Aber jetzt, nach drei Monaten, kommt es mir halt doch komisch vor. An dem Schlüsselbund befinden sich unter anderem ein Autoschlüssel für einen Opel Kadett und ein einfacher Zimmertürschlüssel. Wissen Sie noch, wie der Mann aussah? Ja, ziemlich genau. Ich sehe den noch so richtig vor mir. Nach den Angaben der Wirtin hat die Polizei diese Zeichnung anfertigen lassen. Es dauert über zwei Jahre, bis die Beamten den sogenannten Schlüsselhinterleger ermitteln können. Er heißt Otto Becker, ist Bauarbeiter und hat schon mehrfach wegen Autodiebstählen im Gefängnis gesessen. Aber Becker ist homosexuell. Den Schlüssel hat er angeblich nicht abgeholt, weil er an dem Abend die Zeche geprellt hatte. Ich weiß noch genau, wie ich da hinkam zur Polizei. Da habe ich sie ausgelacht. Dir wird das Lachen schon vergehen, haben die Kriminalbeamten dann zu mir gesagt. Ich wusste gar nicht im Moment, um was es ging. Aus dem Untersuchungsgefängnis heraus schreibt Otto Becker einen verzweifelten Brief an einen der bekanntesten Strafverteidiger Bremens. An Heinrich Hannover. Die Unterlagen zu diesem Prozess hat der prominente Anwalt dem Staatsarchiv vermacht. Für Heinrich Hannover ist die Verteidigung von Otto Becker bis heute der wichtigste Fall seines Lebens. Man hat ihn also zunächst gefragt, ob es sein könnte, dass er am 1. Mai 1971 in der Nähe des Ostlersthauser Bahnhofs war. Das konnte er nicht ausschließen, war alkoholabhängig und verkehrte da an den Kneipen um den Bahnhof herum. Also das konnte durchaus sein. Das nahm man schon als ein Geständnis, der sei in der Nähe des Tatortes gewesen. Und dann hat man ihn gefragt, hast du dann die Schreie gehört? Dann musst du auch die Schreie gehört haben. Und er hatte keine Schreie gehört. Aber man suggerierte ihm dann ja, wenn er also keine Schreie gehört haben will. Das sei auch verdächtig. Also gut, schließlich hatten sie ihn so weit, dass er Schreie gehört haben wollte. Und so hat er sich immer mehr verstrickt und um Kopf und Kragen geredet. Ich habe vielleicht viel zu oft Ja gesagt, weil ich ihm in den Glauben war. Ich komme aus dem Schlamassel dadurch raus. Die haben so raffiniert gefragt, ich war denen nicht gewachsen. Becker stimmt sogar zu, dass Fotos von ihm veröffentlicht werden. Man sagt ihm, das werde ihn entlasten. Gleichzeitig setzt die Staatsanwaltschaft 10.000 D-Mark Belohnung für Hinweise auf den Täter aus. Plötzlich gibt es diverse Belastungszeugen. Ich war, wie meine Mitschüler auch, eher so als Zeitungsleser empört, dass der schwule Otto Becker da angeklagt worden war. Und wir waren da sehr parteilich, haben gesagt, das können wir uns so gar nicht vorstellen, dass er ein Sexualverbrechen begangen haben könnte. Mir hat als junger Mensch sehr imponiert, wie Heinrich Hannover Otto Becker verteidigt hat. Den ersten Prozess verliert der Anwalt. Otto Becker wird zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Doch Heinrich Hannover geht in Revision und schafft die Wende. Unter den über 1000 Spurenakten, die die Polizei angelegt hat, ist auch eine, die das Gericht nie zu sehen bekommen hat. Die Spurenakte 59. In ihr findet sich ein Mann, der mindestens so verdächtig ist wie Otto Becker. Er heißt Helmut Harinek, ein Kleinkrimineller mit langem Vorstrafenregister. Ein Reporter von Radio Bremen hat ihn 2004 in Hamburg aufgespürt. Was war ich hier, Heinrich? Ich war immer auf Achse. So meine Natur auch hier so. Immer viel unterwegs. Auf Brautschau und was weiß ich. Ich hab so viele Mädels gehabt damals. Mit meinen Kollegen zusammen. Ja. Lieb auch da. Geiler Typ ist auch manchmal. Als der Revisionsprozess beginnt, sitzt Harinek mal wieder wegen anderer Vergehen in Haft. Er ist als Zeuge geladen. Aber je länger es dauert, desto mehr zeichnet sich ab, dass der Hauptverdächtige nicht Otto Becker, sondern Helmut Harinek heißt. Er war an dem Tatabend eigentlich als Kellner vorgesehen im Miramichi. Wurde dann aber nicht gebraucht, weil ein anderer schon diesen Posten hatte. Er hätte aber auch an den folgenden Tagen dort als Kellner arbeiten können, ist aber nicht gekommen. Und auch das spricht gegen ihn, nämlich er hat sicher vorausgesehen, dass in den folgenden Tagen Observationen und Vernehmungen im Miramichi stattfinden würden, die für ihn unangenehm hätten werden können. Zumal Helmut Harinek im Gegensatz zu Otto Becker einen Hang zu jungen Mädchen hat. Sein Alibi für den Abend der Tat ist mehr als fragwürdig. Im Dezember 1976 wird Otto Becker schließlich freigesprochen. Eine Anklage gegen Helmut Harinek kommt nicht zustande. Stattdessen jahrzehntelang Stillstand. Hier ist die Spurenakte mit Harinek. Schlimmer noch, als Kai Höchel und Sven Bergmann die Aktenberge im Fall Kampa sichten, stellen sie fest, dass die Bremer Staatsanwaltschaft in den 90er Jahren alle Asservate vernichtet hat. Offenbar wollte ein Kollege Platz schaffen. Es hätte die Möglichkeit bestanden, an der Kleidung von Carmen Kampa Spuren sicherzustellen, wenn diese Beweismittel noch auffindbar gewesen wären. Die waren nicht mehr auffindbar. Ein Journalist hat es mal so beschrieben, dass jemand unachtsam gewesen sei. Ich finde diese Beschreibung nicht unzutreffend. Sie haben also nur die Akten und einen Tatort, der sich in 40 Jahren verändert hat. Da ist der Baum noch nicht da gewesen. Da ist der Kilometerstein. Das ist hier ungefähr in dem Bereich hier. Der Bahndamm war damals nicht ganz so steil und der Bahnsteig war niedriger. Aber ansonsten stimmt die Stelle. Auf dem Weg hinter den gezackten Dächern wurde Carmen Kampa von dem Täter angegriffen. Der Zeuge im Zug war nur 10 bis 15 Meter entfernt. Damals störte kein Busch den Blick. Sie haben viele Ermittlungsansätze, aber keine heiße Spur. Nichts deutet darauf hin, dass die 17-jährige Schuhverkäuferin Opfer einer Beziehungstat wurde. Rätselhaft bleibt, dass niemand die Leiche früher gefunden hat. Der Ansatz mit den zwei Männern in der Kneipe erwies sich als Fehlspur. Ebenso wie die Überprüfung der nahegelegenen Haftanstalt. Der Wachmann wurde bei der Gegenüberstellung vom Zeugen nicht als Täter erkannt. Der Schlüssel stammt von Otto Becker, aber der ist unschuldig. Und Helmut Harinek bleibt verdächtig. Aber sie haben keine Beweise gegen ihn. Man muss sich ein Konzept erarbeiten, in dem man sagt, wie will ich denn diese ganzen Spuren, wie will ich die bewerten? Also dazu gehört es ja erstmal, dass man die Ausgangssituation sich schafft. Was habe ich denn an wirklichen Beweismitteln? Was ist damals wirklich passiert? Um dann so in Richtung eines Profils eines Täters das Ganze zu entwickeln. Sie nehmen sich noch einmal den letzten Weg von Carmen Kampa vor. Jahrzehntelang waren alle Ermittler davon ausgegangen, dass der Täter sie bis zum Bahnhof verfolgt und auf dem Bahnsteig bedroht hat. Entweder ist sie dann den Bahndamm hinabgeflüchtet oder der Mörder hat sie heruntergeschleppt. Das deckt sich aber nicht mit dem Spurenbild. Denn die Schuhe der 17-Jährigen weisen nur ganz geringfügige Kratzer auf. Die Ermittler wollen die Versionen des Tathergangs überprüfen. Wochenlang durchstöbert Sven Bergmann Secondhand-Läden. Er sucht Schuhmodelle der 70er Jahre. Also gesucht haben wir Schuhe, die der Schuhe von Carmen Kampa ähneln, insbesondere was so den Tragekomfort betrifft. Hackenbreite, Hackenhöhe oder Absatzhöhe. Dann möglichst viele in relativ gutem Zustand, um dann bei verschiedenen Laufwegen verschiedene Spuren entdecken zu können oder eben auch nicht zu entdecken. Kleine Füße und kleine Schuhe habe ich jetzt. Ihr habt jetzt nur die sechs Paar, ne? Ja. Ich bin froh, dass ihr liegt. Ich kenn jetzt alle Bremer Schulgeschäfte. Für die folgende Aufgabe haben die Kommissare in der gesamten Polizei Bremen nach geeigneten Kandidatinnen gesucht. Frauen, die in etwa die Größe und das Gewicht von Carmen Kampa haben. Sollen wir dann auch richtig laufen oder eher sinnig? Es ist letztendlich egal. Versuch hier sinnig runterzukommen und dann da rüber zu laufen. Ja. Die Bahnsteigkante war damals etwas niedriger. Aber so müsste es ausgesehen haben, wenn Carmen Kampa hier vor ihrem Mörder über die Gleise und den Bahndamm heruntergerannt wäre. Man sieht bereits im schlechten Licht des Bahnsteigs deutliche Kratzer. Eine Flucht oder ein Zerren über die Gleise können die Ermittler damit ausschließen. Es bleibt nur eine logische Erklärung. Carmen Kampa ist freiwillig zu dem dunklen Weg hinuntergestiegen. Vielleicht, weil sie mal dringend musste und bis zum Eintreffen des Zuges noch genug Zeit war. Und die gesamte Situation sieht auch so aus, was der Zeuge hier aus dem Zug sieht. Das ist das Aufeinandertreffen der beiden eben hier unten gegeben hat und nicht schon da oben. Sondern die erste Begegnung oder das, was der Zeuge sieht, ist noch ein körperlicher Abstand der beiden. Sie sind nicht da ineinander verworungen, sondern stehen sich gegenüber. Doch warum beginnt die Tat am Bahndamm? Die Leiche wird aber 150 Meter entfernt gefunden. Und ist der Fundort auch der Ort, an dem Carmen Kampa gestorben ist? Kai Höchel fällt etwas an der Position der Leiche auf, das ihn an die Erste-Hilfe-Ausbildung bei der Bundeswehr erinnert. Die ungewöhnliche Armhaltung. Über die rechte Schulter und dann den Arm da oben. Sie haben eine Kollegin mitgebracht, die in etwa die Figur von Carmen Kampa hat. Das ist keine Doktorarbeit. Es gibt da eine Möglichkeit, wie man eigentlich lernt, Verletzte und Verwundete zu transportieren. Und wenn man dann eine Person ablegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie genau in dieser Position, wie wir die Carmen Kampa da gefunden haben, genauso zum Liegen kommt. Das sieht gleich aus. Die 17-Jährige wurde also nach ihrem Tod noch transportiert. Wenn man sagt, der Leichenfundort ist nicht der Tatort, dann muss man sich fragen, warum macht der Täter das? Warum geht er das Risiko ein, die Person oder sein Opfer von A nach B zu schleppen, wo er weiß, dass die Polizei informiert ist? Es muss also eine gewisse Bedeutung für den Täter haben. Das bringt sie wieder auf den Wachmann, Hermann R. Er hätte im Gewerbegebiet in der Tatnacht seine Runde fahren müssen. Jeder andere Täter hätte die Leiche oder die Bewusstlose oder die Leiche da liegen lassen können. Genau. Nur Hermann R. nicht. Genau, weil er den Bezug zu dieser Runde da hat. Wenn Hermann R. seine Tour wie vorgeschrieben fährt, kommt er kurz nach elf im Gewerbegebiet an. Er kontrolliert dort eine Reihe von Firmen und bedient dabei mehrere Stechuhren. Das hat er in der Tatnacht auch gemacht. Er behauptet aber, die Zeiten gefälscht und woanders geschlafen zu haben. Wenn das nur eine Schutzbehauptung war, kommt er gegen 23.20 Uhr auf dem kleinen Weg am Bahndamm an und trifft Carmen Kampa. Dazu passt, dass er den letzten Kontrollpunkt bei der Firma Backmann die ganze Nacht über nicht bedient. Oder hat er das bei den Manipulationen schlicht vergessen? Sven Bergmann und Kai Höchel haben lange gesucht, um noch eine Originalstechuhr der 70er Jahre zu finden. Wir haben uns die Uhr besorgt, weil wir uns das einfach vorstellen mussten, wie das damals abgelaufen ist. Wo ist wirklich die Möglichkeit gewesen, das zu manipulieren? Wir wollten uns einfach angucken, wie sieht das aus, wie sehen die Streifen aus, was wird gestempelt, wie sehen die Stempel aus, um es mal einfach gesehen zu haben. Genauso wie man an den Tatort geht, da ist ja heute auch nichts mehr zu sehen, aber um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn der Wachmann den Schlüssel am Kontrollpunkt in die Uhr steckt und umdreht, werden die Uhrzeit und der Ort auf den Papierstreifen gestempelt. Da ist das Farbband, da wird das Ding hochgestellt. So, hier sind noch frühere Stempel zu erkennen, wie sich das wohl dargestellt hätte. 23.10 Uhr, an der Schlüsselposition 35. Ergebnis? Der Wachmann konnte zwar die Uhrzeiten manipulieren, er musste dafür aber mindestens einmal in der Nacht vor Ort im Gewerbegebiet gewesen sein. Die Frage ist nur, wann. Das überführt ihn nicht, machte ihn aber nun zum Hauptverdächtigen. Wenn ich jetzt nachweisen kann, ich weiß, er hat manipuliert die Uhr und er gibt es sogar später selber zu, muss man es natürlich auch so bewerten. Dann kann ich natürlich sein angeblich gutes Alibi zerplatzen mit der Seifenblase. Und dann muss man wieder neu anfangen und sagen, wie hat er sich wo bewegt. Sie kontrollieren noch einmal, wann er seine Schicht begonnen hat und wie lange er für welche Wege gebraucht haben müsste. Alles läuft auf ein Aufeinandertreffen des Wachmanns mit Carmen Kamper hinaus. Eine Zufallsbegegnung, die für die 17-Jährige tödlich endete. Das war dann so wie ein Puzzle, was sich aus dem Nirvana zusammenfügt und plötzlich alle Handlungen logisch erscheinen. Doch warum hat der Streifenwagen Roland 19 die Tote nicht noch am selben Abend entdeckt? Zum Tatzeitpunkt war das eigentlich ein flaches Gelände mit ein bisschen Baumbewuchs, aber man hätte dort zumindest Personen erkennen können. Und dann bleibt die Frage, wo ist der Täter mit dem Opfer in der Zwischenzeit geblieben? Einen Hinweis darauf gibt der Bericht, den die Kriminaltechniker damals angefertigt haben. An den Strümpfen von Carmen Kamper wurden gefärbte Pflanzenfasern gefunden, die von einer Fußmatte stammen könnten. Der Täter hat die 17-Jährige also hier irgendwo im Gewerbegebiet versteckt, bis die Polizei wieder weg war. Erst dann hat er sie auf der Brachfläche abgelegt. Und dann ist ermittelt worden, dann haben wir gewusst, der hat hier einen Schlüssel. Und der Bursche kann Carmen Kamper hier abgelegt haben. Und so kann die Polizei suchen, solange sie will. Sie findet sie nicht. 1971 gab es noch keine DNA-Analyse, die den Täter hätte überführen können. Das ist mittlerweile anders. Aber ohne Kleidungsstücke oder andere Asservate des Opfers haben sie nichts in der Hand, um daran DNA-Spuren des Täters zu sichern. Doch dann taucht ein Geschenk aus der Vergangenheit auf. Ein Umschlag mit Haaren, die man damals an Carmen Kampers Bekleidung gesichert und zum Bundeskriminalamt geschickt hatte. Dort sind sie der Vernichtung entgangen und können nun ausgewertet werden. Leider acht Jahre zu spät. Der Wachmann ist bereits 2003 verstorben. Aber die Ermittler finden noch eine Schwester, die einem DNA-Abgleich zustimmt. So können sie zweifelsfrei feststellen, Hermann R. ist der Mörder. Das ist Gang der Dinge, wenn man Pech hat. Dann ermittelt man jemanden, der dann schon tot ist, den kann man nicht vor Gericht stellen. Gleichwohl ist das ja nicht bedeutungslos, das Ermittlungsergebnis. Wir haben einen Verfall geklärt nach so langen Jahren. Vor allen Dingen haben wir natürlich auch der Öffentlichkeit mitteilen können, wir vergessen die Opfer nicht. Wir kümmern uns auch noch nach Jahrzehnten um unaufgeklärte Mordfälle. Und wir konnten den Angehörigen von Carmen Kampa, bevor es überhaupt öffentlich wurde, dann auch im persönlichen Gespräch mitteilen, wer Carmen Kampa getötet hat. Der Fall Carmen Kampa ist für Uwe Picard Anfang und Ende seiner Karriere. Er ist mittlerweile im Ruhestand. Sven Bergmann und Kai Höchel ermitteln gerade in einem unaufgeklärten Mordfall von 1991. Auch hier könnte die moderne DNA-Technik demnächst zu einem Durchbruch führen. Der Weg am Bahndamm in Oslepshausen ist namenlos. Aber die Stadt Bremen erwägt jetzt, die kleine Straße Carmen Kampaweg zu nennen. Auch hier kofe Musik. Auch hier hypertension. Mitmarschowik. Die Stadt Bremen sieht geradeaus ein bisschen weg. Her겼at招ge Gott nós nicht.